10. November 2018 Die erste war schon eine denkwürdige Partie, Magnus Carlsen und Fabiano Caruana trennten sich nach einem Langkampf mit einem Unentschieden. Dabei hatte einer die besseren Chancen. Die Videoanalyse von Großmeister Daniel King Mehr zu Empfehlungen zum Video Video 0.37 Wadiola zu Alves Lob, ich bevorzuge Sex Video 1.48 Marco Fuchs stiehlt ihnen 180 Minuten, es wird ein denkwürdiges Spitzenspiel. Video 1.14 Weltrekord mit Zauberwürfel, Chinese löst 3 Rubik's Cube mit Händen und Füßen gleichzeitig Video 0.44 Miss Glück der Abschlagschuss geht nach hinten los Video 1.27 Mourinho's Spiel mit den Juve-Fans, bei kühlem Kopf wäre ich nach Hause gegangen. Video 1.19 Bescheidene Bayern, fahren. Als Außenseiter nach Dortmund, Video 3.48 Bayern Trainer Kovac über Troja, Cäsar und einen Maulwurf, Video 0.55 Klops Antwort auf Journalistenfrage, ist er etwa sauer? Video 1.00 Uhr 2 Tuche gibt sich kämpferisch, haben noch alles in der Hand. Video 53 zu 17 Schachwelt weiß der Magnus Carlsen zu Gast beim Spiegel einer gegen 12 mutige Video 1.00 Uhr 9.00 Erste Pflichtspiel-Niederlage für den BVB, wen wundert's? Video 2.00 Uhr 11 PSG in Neapel unter Druck, wir müssen besser spielen. Video 4.00 Uhr 11.00 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 Uhr Vielen Dank.